Hallihallo meine Güte, Mittwochabend, die Arena schön beleuchtet, natürlich Packe voll Champions League Zeit, Bayern München gegen Eindhoven, oh was für ein Kracher, vorher aber noch der Hinweis, wir haben natürlich auch alle drei anderen Partien von unseren deutschen Vertretungen für euch gezeigt, Leverkusen, Tottenham, Lissabon, BVB und heute gab es ja schon Gladbach gegen Glasgow. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut es euch an, insgesamt 14 Treffer haben wir in diesen drei Spielen erzielt, das ist eine Ansage, vielleicht können wir die Werte nach wie vor hochhalten, mal abwarten, ich will hier natürlich für eine Überraschung sorgen und ihr schreibt es in den Kommentaren, ob mir das gelingt, ein R davor für das reale Match und ein F davor, hoffentlich für mich und wer abstimmt, der wird dann in der nächsten Gruppenphase oder am nächsten Spieltag der Gruppenphase hier im Video erwähnt und wer dann die meisten Tipps richtig hat, ihr müsst natürlich im Idealfall unter jedem Video einen Tipp abgeben, der wird dann unser Tippkönig. Ja, das ist natürlich Spaß und Spannung pur, wenn viele mitmachen und deshalb, kommt, nehmt euch die Zeit, schreibt ein paar Kommentare. Richtig. Aber das Anfangsbild war, ui, göttlich, dieses schöne Bild der Arena, das war herrlich. So, aber jetzt ist Schluss mit lustig. Thiago. Der Bayer natürlich nach der Niederlage jetzt gefordert. Rebary. Rebary. Er hat es einfach mal probiert. Ein Herz gefasst. Es gibt Gelb. Oh, Gelb. Für was denn? Für wen? Für mich? Oh, schön. Okay. Thiago. Wacht mich nicht, warum, aber es gibt Gelb. Weiß ich jetzt auch nicht. Oh, das war mir nicht sicher. Müller. Müller. Müller! Setz dich durch! Da krieg ich ihn um. Oh. Das ist auch egal. Das wird wohl nochmal Gelb geben. Oh, Lewandowski. Ganz starker Block. Ja, die Rollenverteilung ist natürlich klar. Die Gastgeber sind der Favorit hier. Vidal. Oh. Vidal, Sau. Oh, was machst du da? Ja, das hätte gefährlich werden können. Mucke muss klären. Ja, vom gegnerischen Gast muss der Mucke erstmal klären. Es gibt Gelb für Müller. Ja. So. Da legen wir aber ein bisschen nach. Nochmal ein Wurf. Ja, unentschieden ist natürlich... Was, du was? Ja, ja. Unentschieden wäre für mich natürlich schon mal eine klasse Sache. Würde ich mich drüber freuen. Aua. Steh auf. Alter, Vidal. Was machst du da für Kutschungchen? Das haben wir doch nicht nötig. Oh, was für ein Abspiel hier. Oh, der Ball ist zu weit vor. Er hat den trotzdem noch. Oh, nein. Oh, nein. So, jetzt ist Platz. Rebarie, Rebarie. Er rennt, er rennt, er rennt, er rennt, er rennt, er rennt. Und er schießt und... Uhuhu. Nein. Daneben. Weiter, Randa. Ah, das wird Gelb geben. Ganz stark. Und jetzt gibt es doch noch eine Ecke. Ja. Und nachträglich Gelb. Die erste gelbe Karte für mich. 27 Minuten. Och, Vidal, was machst du denn da? Mann. Hummels. Ah. Ja, Bayern druckvoll. Ja, das stimmt. Oh. Oh. Und denn so ein scheiß Pass. Wie, das... Oh, das war sauber. Ich habe echt gedacht, der... Oh, das war auch scheiße. Das war super lahm. So, Thiago. Sauber. Komm. So, Thiago. Nein. Meine Güte. Schockste, wer wer zog, ist scheiße. Sieben zu eins. Schüsse. Oh, Ribéry. Oh, das Spiel hängt. Weiter, weiter. Das Spiel hängt, das Leu... Oh, Süße. Ja, gut. Sauber gesehen. Ah. Boateng. Boateng. Ja. Immer, immer, immer einer dazwischen. Super. Da ist jetzt aber sehr viel Platz. Und Boateng wieder sauber gemacht. Alonso. Vidal. Vidal zeigt sehr viel Präsenz heute. Ja. Müller super gesehen. Oh. Wow, das war auch scheiße gefährlich und schon wieder verkackt. Alaba. Ja. Ja. Ah. Ja. Da ist der Ball ja davor. Das kann man den Gästen hier wirklich gut schreiben, dass sie sich in jeden Ball werfen. Aber offensiv ist das natürlich zu wenig. Ja, da kommt vor Bayern definitiv mehr. Oh. Ja. Das war wieder ungefährlich. Zwei Minuten. Sind die schon abgelaufen? Ja. Ja. 0 zu 0. 0 zu 0. Das ist, ja. Ein Schüsschen, lachtest du? Ein Schüsschen. Guck dir mal die Schüsse an. Hier unten. Bei der Grafik. Von wo du überall drauf gezogen hast. Neun Schüsse. Fünf gingen aufs Tor. Ballbesitz bin ich gar nicht mal so schlecht. Zwei Kämpfe natürlich. Da führe ich. Das war ganz klar. Foul. Ja, das waren gleich die ersten Minuten. Zwei gelbe Karten für dich. Eine für mich. Oh. Einen verletzten. 43. Minute. Vidal. Oh. Scheiße. Okay. Der muss ersetzt werden. Okay. Ecken 2 zu 0. Schussgenauigkeit 55%. Ich bei 0%. Passgenauigkeit bist du leicht vorne. Okay. Dann kommst du hier. So. Ja, also ich bin realistisch. Wenn ich hier einen Unentschieden retten kann über die Zeit. Da bin ich total zufrieden. Ich glaube, darüber können sich die Niederländer auch freuen. Das ist dann ein gutes Ergebnis. Ja. Also Vidal raus. Kimmich kommt. Ja. Kimmich, der aufgehende Sterne am Fußballhimmel. Meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Ja. Gefällt mir sehr gut, der Typ. Oh. Fast durch. Oh. So ein Scheiß. Das darf nicht passieren. Ja. Eieieiei. Ganz stark. Gemacht. Kann denn jetzt mal einer den Ball abnehmen? Schade. Ey. Das sagt der sauber. Das sagt der sauber. Oh, er bleibt liegen, sitzen. Steht der jetzt mal auf? Jetzt! Nein, 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 nein. Sag ich doch. Oh, und der ist natürlich dann voll drüber. Schade. Ja, neuer hat er eigentlich so. Und der nächste verletzt. Ja, ich hole auf. Finde ich gut. Oh, das war aber... Also, bitte. Gelb. Ja, Ribéry muss natürlich sofort antanzen und meckern. Äh, Rot, warum gehst du nicht vor dem Platz? Warum gehst du nicht schon vor dem Platz, ey? Okay. Dann... Wo haben wir denn da? Nein, nicht ihn. So. Dann muss er hier rein. Dann werden wir dich auch noch rausholen. Und dann kommst du rein. So, jetzt, 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 jetzt wird hier alles rausgeholt. Ganz stark. Ja. Oh, ist das ein enges Getümmel hier Boah, super, komm, komm, komm Da rennt der Alaba schon hinterher Schöne Flanke Ja, es gibt Freistoß Es gibt den Freistoß Alaba ärgert sich jetzt hier Das ist auch Schwachsinn Schwachsinn Was ein Sprint, wenn man sich das so anguckt Das nennst du sauber oder was Das ist doch für ein Scheiß Schiri, sag mal Nie schlecht Oh Ne, wer ist der nächste Verletzer Krieg ich einen am Appel, ich kann nicht mehr wechseln Komm schon Helbe Karte verdient, na klar Davy Prepper Prepper Ja, der nächste ist verletzt Echt? Ja, Coman wird angezeigt, der ist verletzt Oh, cool Also wann hast du mal drei getötet? Ribéry Also drei Verletzter hast du noch nie geschafft Ich ja, du noch nicht Ja Oh Kimmich, gut den Ball behauptet Und ich kann nicht mehr wechseln Oh Kimmich Ah, die Taktik geht hier auf Einfach alle töten Ja Oh, schön gemacht Oh Das lag bestimmt als der verletzten Klöchel Dass der nicht reinging Aber das war schön gespielt Oh 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 Schön Du Bär Oh Ja, komm, komm, komm Ganz stark Weit nach vorne Oh, das war nicht weit nach vorne Nein Oh, da ist das 1 zu 0 Jawohl Na endlich Lewandowski Wer soll es auch anders machen Ah, Mist Oh Meine Fresse Keine Chance Keine Chance Für den Keeper Boah Oh Ja, gut So, scheiß Zie, 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 zie Oh, da ist natürlich Keiner mitgelaufen Und die Flanker kam auch überhaupt nie an Super 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 Ganz stark Nein, das stimmt nicht Super Ja, hast du doch Der ist weg, der ist weg Oh, schade Ja, die Stimmung steigt hier jetzt Aber guck, er kann immer noch rennen Er humpelt Aber er kann auch rennen Ach, was war das denn? Oh, da musste Neuer jetzt aber richtig parieren Seine erste richtige Parade heute Oh, danke Oh, scheiße Also, der Hackendrick ging ja voll daneben Okay, Lewandowski muss es Ja, hau ab da Ja, was? Der nächste ist verletzt Jetzt ist Lewandowski auch noch verletzt Wir sind bei vier Verletzten Und ich kann nicht mehr wechseln Der globale Rekord gehört mir Oh, fuck Und Bayern führt immer noch Jetzt Da ist der Ausgleich Das kann nicht wahr sein Ey, ist das geil hier Das ist ein Scheiß Boah, ich krieg zu viel Die Sensation Glückte mir hier etwa Jetzt hör auf, meine Leute umzubringen Da wird's angezeigt Lewandowski Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh Fuck Das war die Chance Keine Güte Es gibt Nachträglich Nachträglich Für dich noch mal gelb Ach, komm Noch mal gelb Das war ja gar nichts Der war ja fast drin Oh, was machst du Ach, pfeift doch nicht ab 1 zu 1 Stärkeleistung Oh, wir gewinnen hier Ein Pünktchen Und damit geht tatsächlich Diese Champions League Runde Unentschieden aus Für mich ist das Ja, ein neuer Rekord Freue ich mich Und natürlich ein neuer globaler Rekord Vier Verletzte in einer Partie Das hab ich Ich würd mal sagen Gut hinbekommen Schreibt's mal in die Kommentare Alter Schwede, ey Und das ohne rote Karte Ja, das stimmt Ah, ne Dann schauen wir nochmal auf die Werte Schüsse Du mehr Schüsse aufs Tor Zwei gab es bei mir Einer ist reingegangen Ball besitzt weiterhin Ganz knapp hier Zwei Kämpfe Oh, da führe ich deutlich Fouls gleich Gelbe Karten Gab es sieben Stück Lahm in der 90. Minute Hat hier nochmal Genau eine gesehen Stimmt Hatten wir ja vorhin noch gesehen Äh, ja Verletzte dann Vier Leute dabei Meine Güte Alonso Vidal Coman und Lewandowski Also das war heftig Vor allem Coman Kam erst neu rein Und direkt weg Ecken 2 zu 0 Schussgenauigkeit Bist du besser Passgenauigkeit auch 1 zu 1 Mich freut es Ich hab nicht verloren Äh, ja Das war ja gar nicht mal so schlecht Morgen geht's Mit Europa League Weiter mal abwarten Da ist es ja auch ausgeglichen In unserer Statistik Vielleicht Gibt es hier nun Einen Ja Äh, Favoriten Der dann mal 2 Spiele In Folge Gewinnen kann Lasst euch überraschen Wir sehen uns morgen wieder Bis dahin Tschüss Tschüss